Du hast den Knopf schon bei Hiroshima und Nagasaki gedrückt, jetzt bin ich mal dran. Es ist doch völlig irrelevant, wer am Ende den verdammten Knopf drückt. Flying Fortress Alpha 2, wie ist Ihr Status? Sie verlassen in 45 Sekunden das Zeitflinster für den Abwurf. Tower, wir brauchen hier noch einen Moment. Es ist überhaupt nicht irrelevant, wer von uns beiden den Knopf drückt, Frank. Doch. Nein, es geht hier weder um dich noch um mich. Es geht hier um Amerika. Du trittst hier nämlich gerade die amerikanischen Grundrechte mit Füßen, Frank. Toleranz, Freiheit, Chancengleichheit, sag dir das überhaupt mal. Sie haben noch 30 Sekunden. Moment. Mitch, die Menschen da unten haben verdammt nochmal das Recht von Leuten ausradiert zu werden, denen demokratische Werte, Moral und Gerechtigkeit noch etwas bedeuten. Gott, du hast recht, Mitch. Was tun wir denn? Alpha 2, die Schwachköpfe haben das Zeitfenster für den Abwurf verlassen. Ich wiederhole, nicht abwerfen. Dafür kommt Ihr Pender vors Kriegsgericht.